Willkommen aus dem Schatten raus du Vieh. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gegen, ja, da haben wir schon mal gegen gekämpft, ey. Ja, das hat schon immer so Flügel am Rücken. Ja, das sagt mir, glaube ich, nix, äh. Ah, ne, wir haben gegen eine kleinere Version von dem Vieh, glaube ich, gekämpft. Ja, das kann auch sein. Oh mein Gott, ey. Ist das überhaupt die Eis-Version? Ja, so war Frostpatrouille, also. Ja, warum sind wir denn dann hier in dem Wald, nicht warm im Wald, wenn der Frost ist? Der nächste Treffer gegen Borreus ermächtigt, was bedeutet, hat denn, keine Ahnung, schießt in der Sicht. Er sagt, der nächster Schuss mehr Schaden macht gegen den. Das stand bei mir jetzt auch da. Naja, wenn wir die Viecher da, äh, stimmt, ja, okay, gegen die Firma schon gekämpft. Das kickt auch dann so eine Eisrüstung. Und dann müssen wir diese kleinen Fledermäuse da töten, die da rumfliegen, damit wir da dem Schaden machen können. Ah. Das ist der Unfallwundball, solange der seine Eisrüstung da trägt, der im Moment trägt er die gar nicht. Okay. Das ist eine Fledermaut. Ja, die kenne ich nicht. Was zum. Er hat mich. Ich habe mich auf den draufgeschossen, was. so an sich macht da brennen oder auch nicht hier von diesem brennen während der sein eiswissen kriegt verpisst euch im mongos alter gdm ist aber neu da wir haben dagegen kleine version von dem fisch gekämpft glaube ich da habe ich irgendwie schon hatte halt fähig oder so er kam gerade auf mich zugeflogen da sind irgendwie ich glaube die können schießen auch gott ja die schießen wer schießt da sind neue fläder heute die schießen mit eistapfen war ich meine überall ok die können sich gegenseitig treffen wie es aussieht jetzt schießen sie auf dich dann die treffen sich gegenseitig die ich will ja mal den schuss der für den bestimmt war abgefangen mein gott geht doch mal weg ich fange die ganze zeit meine schüsse für den ab der die fliegen wir die ganze zeit in die schussbahne die beschützen den die ganze zeit weg ich will auf den schießen und die fliegen wir die ganze zeit in die schussbahne ihr mongos don't engage daniel don't engage wo bist du denn da muss noch zu weit weg hat dann haben nicht gewinnt sondern ich wissen was los ist wenn hat sich aufregt jetzt wenn ich dann schon so sagst wir würden weil er auf jeden fall herausfinden ja was war das weiß ich nicht irgendwie gar nichts okay ich dachte ganz die ganze zeit nur gegen die scheiße habe ich auch gemacht die nächsten acht treffer sind gegen natürlich ermächtigt dann da ja ich freue mich wieder von diesen vier ich habe ich habe drei raketen kommen ja jetzt habe ich auch 20 froskugel ist ja es ist sieger schuss ich könnte schon war definitiv neue wir haben schon mal gegen eine version gekämpfte der name den namen kenne ich nämlich wo den kenne ich den bodios ich habe es begonnen bei beiden ja ich bin halt jetzt besser als du da ich habe jetzt ein skin da hinten sind warte mal ich schieße von mir aus ab es geht das hier so rum ich glaube es hat ein plan die stadt dreck das waren das für eine scheiße ich hab dann war ein blindgänger ja ich habe irgendeine mod für mein schwer halten ok munitions amplifikator ich habe so wie sich das anhört ich habe mir die funktion für meinen schwer jetzt kann ich viel öfter zu stechen macht das ding der nur so angekommen die situation ich habe die situation analysiert da war volle anstabend bewerbe jetzt genau vor mir geflogen ich habe dann abgeschossen das vor ihm ein voll auf team rocket gemacht ja ich habe es geschafft wir haben heute fliegen aber weg ja wir haben keinen bock mehr machen ich ich komme da nicht rüber ich sehe es ich sehe es ja ich auch ich bin mir ein paar mal ab man schon wieder hat er noch klar und deutlich gesehen da war schon richtig ich habe dich im auge wo gehst du hin hier ist er hier ist er ich habe da viel schon gesehen ich komme da nicht rüber war es ja gerade schon richtig ich habe noch einmal weggekommen dann schießt irgendwie seinen blöden strahl auf mich ich habe ihn ich habe ihn nicht geguckt ja gegen das wir haben wir schon mal gekämpft glaube ich ich komme dann macht er wieder sind nein der baum nicht du der hätte mich mit seinem schutzschwanz getroffen ja ich bin nach ich habe dich mit meinem schwanz berührt nein ja der hat sie hat in die mine gebissen der brennt ja okay er nimmt schaden dahinten ich habe gar nicht weil er am brennen ist der schaden der ist da hinten irgendwo gelandet da hinten schadenszahlen gesehen ich habe der ist hier irgendwo da da ist er sogar die schadenszahlen haben den preis gegeben der hat voll geschossen zum glück ist er gerade runtergefallen er hat direkt über dich geschossen ich hoffe das hat weh getan du bist wie her auch was was sagt denn magst du das kann sein sehr gelähmt oder irgendwas das war irgendeine energie der grüne grüne kugeln sind mein zweiter nicht also ich habe keine terror fähigkeiten achte es ist tot zehn kugeln habe ich bekommen mehr schön das war eine herausforderung ich bin immer noch weit die vor dir war das gleiche ägypten okay go 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 go